Wir haben Sensoren, wir haben sichere Steuerungstechnik. Alles wird ständig neu entwickelt. Wo geht es denn dahin? Wo geht die Reise weiter? Ja, also Anlagen und Maschinen werden immer sicherer und werden immer vernetzter und immer intelligenter in der Zukunft, offensichtlich. Stichpunkt auch Industrie 4.0. Hier ist es wichtig, die richtigen Produkte anzubieten, die richtigen Schnittstellen auch anzubieten, um damit fit zu sein für die Zukunft, um damit sicherzustellen, dass die Sensoren und dass die Sicherheitsmodule auch mit der übergeordneten Betriebssteuerung immer richtig kommunizieren.